Zu Windows 10. Also ich frage mich, ob Windows 10 das neue Mac OS 10 wird, weil was Mac OS quasi schon lange will in Verbindung mit iOS ist ja die Verzahnung, dieses Continuity. Und das kriegt er jetzt quasi, hat Microsoft die Chance mit Windows 10. Das läuft auf Notebooks, das läuft auf Desktops, das läuft auf Windows Phone. Sprich, ich habe eine App, habe das auf allen Geräten, synchronisier über alle Devices und eine einheitliche Bedienung. Da wo Apple seit Jahren hin will, aber noch nicht hat. Vielleicht schafft es Microsoft besser.